Hey, alles, hey, alles good Hey, alles, 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 hey Was geht ab Freunde Sascha von Skillgaming TVS Video und herzlich Willkommen zur zweiten Folge von Balotelli's zweite Chance Ja, 8 folgen haben wir schon und in der letzten Folge haben wir 2 Spiele gemacht, 3 neue Spieler Willkommen einmal Buffon die Legende von Italien im Tor, linksverteidiger ist der Cellinio oder Cellinio, wie man auch immer nennen will 8.500 Münzen hat er gekostet richtig gute Defensiv- und Physiswerte und sein Tempo ist auch sehr stark Basali hat auch ähnliches Tempo auch ähnliches Defensivwerte aber seine Physis ist etwas weniger hat 2.500 Münzen gekostet oder 2.600 Münzen weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau und ja wir sind jetzt schon in der 8. Folge ich glaube das werden noch so ca. 5 Folgen geben es fehlen ja nicht mehr so viele Spieler Linksverteidiger und Rechtsverteidiger werden bleiben weil man sich da nicht wirklich verbessern kann da gibt es auch Santon auf der Linksverteidiger Position als seltener Spieler aber der hat nur ein 75er Rating und Chrisquito hat 78, wenn mich nicht alles ehrt aber jedenfalls bleiben die wir brauchen im Mittelfeld noch 3 Spieler und dann der linke Flügel und der rechte Flügel und hier ist der Gegner für die heutige Episode 79 Bewertung 100, Jimmy hat ein brasilianisches Squad im Tor hat er Gülherme glaube ich oder wie man auch im Ausspringen will vorne Douglas Costa 5-Standes Skates hat er richtig geil und da springen wir rein in die erste Szene der Gegner hat Heimrecht wir spielen also Ausweis in der 35. Spielminute hat der Gegner hier einen Freischuss davor ist nichts passiert werdet ihr auch gleich an der Halbzeit-Statistik sehen der Gegner läuft dann schießt und bevor wäre da glaube ich dran gekommen aber der Gegner der Ball geht eh über über die Latte so jetzt habe ich es ja Statistik ein Nullschuss haben wir der Gegner hat 3 Schüsse aber wir spielen rein in die zweite Hälfte die beginnt schon mal besser für uns Flanke kommt nach hinten in der 65. Minute und Ballotelli mit dem Kopf aber leichte Beute für den Keeper von ihm nächste Szene in der 82. Minute schon kurz vor dem Ende Ballotelli mit 2 Schubs geht dann vorbei und er mit den Schuss aber der geht auch an den Kasten vorbei wie er an den Spielern vorbeigegangen ist und danach ist nichts passiert zwei Zähne von uns in der zweiten Halbzeit somit geht es rein in die Verlängerung und hier starten wir in der 95. Minute mit einem wunderschönen Balloffvolley auf Ballotelli und Ballotelli wird da gefouert von Miranda hinter 96. Minute das Moosrot geben und der Schiedsrichter gibt auch rot korrekte Entscheidung war letzter Mann und dann reißt der Ballotelli einfach nieder was ich einfach scheiße fand weil wir auch keinen Elfmeter bekommen haben sondern nur ein Freistoß Ballotelli läuft ab und die Mauer springt hoch und köpft den Ball aus der Ecke wurde nichts aber wir springen in die zweite Hälfte der Verlängerung kurz ausgeführter Freistoß der Ball kommt irgendwie auf Parolo und der mit dem Schuss aber Weltklasse Parade von seinem Keeper das hätte eigentlich das 1 zu sein müssen aber wirklich sehr stark gehalten Florenzi tritt die Ecke bringt die Ecke nach innen wir legen den Ball ab oder der Gegner keine Ahnung auf Parolo und der haut einfach mal so einen Schuss raus unglaubliches Tor in der 109. Spielminute durch unser Mittelfeldspieler Parolo der die Ecke rausgeholt hat mit einem Schuss hatte da Pech dass der Keeper so gut gehalten hat und jetzt haut er so einen Schuss raus zum 0 zu 1 für uns jetzt nochmal genau zu sehen der Ball geht genau unter die Querlatte Dropkick würde man auch sagen und somit führen wir 1 zu 0 und hier macht der Gegner einen Fehler in der 120. Minute das ist gut für uns das bringt uns Zeit Florenzi hat eigentlich schon schießen können aber er nimmt sich ein bisschen mehr Zeit spielt den Ball jetzt hier zurück auf De Siklo der auf Polly der sieht in der Mitte Balotelli wir brauchen hier noch ein Balotelli-Tor in der ersten in der ersten der erste Versuch geht nicht rein aber der zweite der Abstauber würde man auch sagen geht dann rein zum 2 zu 0 dann hat der Gegner abgebrochen weil keine Ahnung nur 30 Sekunden zu spielen und er bricht ab keine Ahnung fuck the logic aber wir gewinnen zu Recht 0 zu 2 haben jetzt auch mehr Schüsse gehabt und somit gibt es einen Neuzugang für unser Team weil Balotelli einmal geknipst hat wie gesagt nur ein Spiel heute weil die Verlängerung etwas länger dauert und sonst die Folge 19 Minuten geht und das finde ich nicht so geil Neuzugang ist Claudio Maschizio von Juventus Zirin richtig cool Aroundwerte 4 Sterne schwacher Fuß und Skates Hoch-Hoch-Arbeitsrennen also 79 groß 6.400 Münzen hat er mir gekostet richtig geiler Mittelfeldspiel an meiner Meinung nach und dann war es das schon auch von dieser Episode ich werde mich natürlich trotz allen Spiel über einen Daumen nach oben freuen und über ein Abo werde ich mich natürlich noch mehr freuen oder Daumen nach oben wäre natürlich auch geil also wie gesagt lasst einfach alles da würde ich mich echt freuen und Kommentar würde ich mich auch drüber freuen und dann haut rein bis zur nächsten Folge und Ciao Bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal